Was ist die Wahrheit von Islam? Wissenschaftliche Wunder im Koran, das am tiefsten Gebiet auf der Erdoberfläche. Allah, der Erhebene, sagt, Die Byzantiner sind besiegt worden im tiefstgelegenen Teil der Erde, aber sie werden nach ihrer Niederlage selbst siegen. In einigen Jahren, Gott gehört der Befehl vorher und nachher. An jenem Tag werden die Gläubigen sich freuen über Unterstützung Gottes. Gott unterstützt, wen er will und er ist der Mächtige, der Barmherzige. Das ist ein Versprechen Gottes. Gott bricht sein Versprechen nicht, aber die meisten Menschen wissen nicht Bescheid. Eine wissenschaftliche Tatsache, die historischen Literatur erwähnen, dass eine Schlacht zwischen dem persischen Reich und dem byzantischen Imperium, mit dem byzantischen Imperium ist das oströmische Reich gemeint, in einem Gebiet zwischen Azruat und Basra in der Nähe des Toten Meeres stattfand, in der die Perser entscheidend über die Römer siegten und das war im Jahre 619. In dieser Schlacht erlitten die byzantischen Römer heftige Verluste. Ihre Zeitgenossen erwarteten, dass ihr Imperium völlig zerstört werden wird. Was aber geschah, war nicht erwartet. Im Dezember 624, Entschuldigung, das war im Dezember 627, fand eine entscheidende Schlacht zwischen dem byzantischen und dem persischen Reich statt, in der die Perser von den Römern besiegt worden sind. In einigen Monaten wurden die Perser auch dazu gezwungen, ein Abkommen mit den Byzantinen abzuschließen, das sie dazu nötigte, den Römern die von ihnen genommenen Gebieten zu wiedergeben. Die Landkarte stellt das Niveau der Bodensenke in der Welt klar. Der tiefstgelegene Ort auf der Erdoberfläche ist dieser, der sich in der Nähe des Toten Meeres in Palästina befindet. Denn er unter 395 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Die Maße und die Fotos der Satelliten haben das schon bestätigt. Der Aspekt des Wunders. Es gibt zwei Aspekte des Wunders in diesen ehrwürdigen Versen. Der eine ist, dass der Heilige Koran uns über den Sieg der Perser in einigen Jahren nach der entscheidenden Niederlage informiert. Al-Bit ist eine Zahl zwischen 5 und 7 oder zwischen 1 und 9. Wie die Sprachwissenschaftler sagen, nach sieben Jahren wurde das Versprechen des Koran schon verwirklicht. 627 fand eine andere Schlacht zwischen den Persen und den Römern statt und die Römer besiegten die Perser. Das war zu gleicher Zeit, in der die Muslime die Politeisten von Kureich in der größten Schlacht von Badr besiegten. Die politistischen Araber hielten diesen Sieg für unmöglich, sodass sie über die koranischen Versen spotterten. Darüber hinaus wagten sie, den Muslimen eine Wette zu bezahlen. Wenn der behaupteten Sieg verwirklicht würde, ihre Hoffnung aber scheiterten und das Wunder des Heiligen Koran, als er die Leute vorher über Sieg der Römer informiert wurde, ausgeführt. Der zweite Aspekt des Wunders in diesen Versen ist, dass sie eine geografische Tatsache bestätigen, die niemandem zu dieser Zeit bekannt war. Sie zeigen an, dass die Römer bei ihrer Schlacht mit den Persen im tiefstgelegenen Ort der Erde besiegt worden waren. Bei den Arabern hat das Wort Adna zwei Bedeutungen, nahestehgelegen und tiefstgelegen. Einerseits ist er das nahgelegene Gebiet der arabischen Halbinsel, andererseits wird er auch als das tiefstgelegene Gebiet auf der Erdoberfläche betrachtet, denn er liegt unter 400 Meter über dem Meeresspiegel. Er ist der tiefstgelegene Punkt, die von dem Satellit bemerkt wurde, wie es in britischer Enzyklopädie genannt ist. Die historische Tatsache bestätigt, dass die Schlacht im tiefstgelegene Ort der Welt im Becken des Totenmeeres stattfand. Das konnte nicht ohne die Technik des modernen Maßes gemessen werden. Deshalb war es damals nicht möglich, dass man weiß, dass dieses Gebiet als das tiefste in der Welt gilt. Gilt das nicht als Beweis, dass der Koran von Allah geoffenbart wurde? Allah, der Erhabene, sagt und sprich, Lob sei Gott, er wird euch Zeichen sehen lassen, so werdet sie erkennen. Das war's.